Ich tüss das! Spielet! I'm gonna have a feeling! Das ist nicht! Ich suche was! Ich bin nicht! Das ist nicht! Ich tüss das! Wenn einer hier gegen meinen Bauch rett, dann fiel ich gleich mehr zurück! Haaah! Das war's für heute. 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 Hallo, I would like to buy this gas grill for my Memorial Day BBQ. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh no. I'm not buying pellet grills, because they take too long to set up and are expensive. Are you so serious? Look, I only have $500 for a gas grill and I need one fast right now. $1,000 is too much so just let me buy the damn grill. GRILLA! Are you fucking kidding? The store seriously doesn't even give two shits about what the customers want and just hired a guy who shoves their opinions down their throat over which really is better. Fuck you. I'm going to lose. I hope you ain't fucking tell it real obsession bones can burn in hell. Yes. I'm going to lose. You're right so close now, for me. Where are you, Produce, is it where I'm doing? Where are you, I'm doing? I'm going to lose. I'm going to go for a second. I'm going to get a second. So are we going for a second. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? First of all, this is for something else. And second of all, how the hell do you know my powers? If you don't stop making fun of me, I'm going to burn you alive. Wait, is that a laser? Holy fucking shit, I did all of this. I had enough. You think this is funny, you put half to make fun of me not just for my ability, but for me being a cat. I'm getting out of here. Hello, I would like to buy some pink paint. Listen fag, if you think judging too quickly would be okay, I'm going to burn you alive. If you don't pay in my eyes, then you're a fucking idiot. I am buying this paint for my daughter's room and I seriously had to deal with your chubby ass bullying me. Fuck you, I won't come back and pay 200 for the pink paint I was planning to buy. Stop this mate! Positive thing, I feel positive thing. What are you doing? Hello, I would buy a computer table light switch and the microwave. No, I'm set. I would buy a computer table light switch and the microwave. Please. Okay, fuck it. I'm going to target. I'm hoping for everyone's sake. Positive thing. I feel positive thing. Yes, I would like some nails, please, and some other tools. It's for a prank. Spirit! Do it, sir! Spirit! I'm running under the feeling! What the fuck? I just wanted to prank one of the students at school. How? Fuck you. I'm going to go so I can get the dose I need. I hope you die in a fucking car accident, you fat piece of shit. UNTREME PROSITIVE! UNTREME PROSITIVE! UNTREME PROSITIVE! UNTREME PROSITIVE! UNTREME PROSITIVE! UNTREME PROSITIVE! Hello, I would like to buy this first alert combination safe. UNTREME PROSITIVE! UNTREME PROSITIVE! Oh, that's none of your concern on what I am putting in it. Private. So let me buy the safe. I said that's none of your beeswax. Stop being so curious and let me buy the damn safe. You know what? I'm fucking off because I seriously couldn't deal with an extremely curious person who just wants to enter in my business. I'm going to BJ's and buying the safe over there. SPREADER! I'M READING A BITER! I'M READING A BITER! MR. I'M READING A SPREADER! Hello there, I would like to purchase these box of nails in a hammer. I've lost pizza! I'm going to just write you and find you! No way, I am buying a cheap hammer. I just needed to get some work done to me also. I said, fuck no. Leave me and me money in home or you would be sorry, you know. I'm not buying this stuff anymore, so fuck off. I'm not buying this stuff anymore, so fuck off. I'm getting close, don't you? I'm getting close, don't you? You're not too close. Rink, you're late. PLEASE I'M READING! SPREADER! Rink, don't you? Don't you open it up, don't you? SPREADER! 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 I'M READING! I'm doing it. I don't want to be an idol in the world. I have no idea how to keep you in the world. I've never met you in the world. SPREADER! What's that? I'm not cry. Das ist nicht so, Kunal! Gerne! Positiv! Einfach Positiv! Wie geht's los? Hahahaha! Hääbääääääääääääeäeähhhh! P whistle likeernicam. This customer just told me to reversing service to some customers, Shutting your own opinions down their throats and insulting them. Is this true? –�äää käködääää! –Äää käködääääää! ULUISAIなä! Shitkök inappropriate! Uちは-, Ich bin nur ein狼. Peno! Peno! Was der Peno ist real? Wir sind nicht so viele Kunden. Ich bin nicht so viele. 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 Peno! Peno! Du bist so viele. Ich bin nicht so viele. Ich bin nur noch mit meinem Produkeren. Ich bin froh. Wir sind froh. Musik? Gewinner? Was das? Hey, wass up? Love Handle? Ok. Tschüss. Hm... Hey, do you think it would work on my dog Pinky? He barks at the door when a doorbell rings on TV. I'd love to explain the whole concept to him. I'm going to play a tournament! I'm going to play a tournament! When it's late, then I'm going to play a tournament! You're just one person. That's why you're stuck. Producer, I'm not going to be bad at all! I'm going to open a hole! Why did you say that? Producer, don't you like that? Don't look at me! I see... There are people who like that and who don't like that. Hey, what is wrong with you? Are you freaking out of your mind? What's wrong with that? Stop fooling me, squirrel boy! No way! I don't know how to explain the world! Thank you so much! ha 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 Ja Ja plain tym es Es Jews the 설 the sp Ich bin mir nicht so gut, aber ich bin mir nicht so gut. Ich bin mir immer so gut, wenn ich mich so gut. Ich bin mir nicht so gut. Ich bin mir 14 Jahre alt. Ich bin mir nicht so gut. Ich bin mir nicht so gut. Ich habe nur ein paar Punkte gemacht. Noo, kurwa, dobry pies Dobra, noo, ja lecę na Tomek O kurwa, ich wade, kurwa, nas I z ciebie, kurwa, schmato, ichba, na przejebujemy rudne Ale teraz, jak nie będziesz szlał, to kurwa, wegramy, nie? Bo ja tu jestem, kurwa Dobra, ja idę na środek, z sam smoka i wbijasz za mną Stefan, shut up We're just back in school after this coronavirus crap we had to deal with And you're already being a pain in the ass Sorry about that, please introduce yourselves Takatakama 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 Was ist das? Deal with you little shits. And now we're going to the end, but we're going to the end. Yeah. Okay, well. We're going to the house. Where is he? No, we're going to die. We're going to die. Anyways, today we will write a 50,000 word essay on why The Last of Us Part 2 is a good game, and why it doesn't deserve the hate that it gets. Oh my god, I knew that you bunch on Xbox and Halo fanboys would have a mental breakdown just because of this essay. Well, guess what? I don't give a shit. You're going to do the fucking essay or else you won't have to play The Last of Us Part 2 in detention. Okay, I'm going to smoke and kill me. Where the hell is it? No, I don't give a shit. That's so interesting, isn't it? So, what exactly are we supposed to do with this information? What are you thinking about this day? What are you thinking about this time? What are you thinking about this event? Come on! Start in! Call the spike server you bench. Wenn wir auf den Bananen essen, dann wird der Bananen auf den Bananen spiel. Was ist das? 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 Okay, ich gehe in den Schrauben, ich schraube, und schraube mich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, ich gehe in den Schrauben, ich schraube mich und schraube mich. Okay, gut, gut, gut. Okay, gut, 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 gut. Okay, gut, 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 gut. Wo ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was 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 ist das? Ich habe die Hände, was ich? Stefan, Ronald, Dirk, ist alles okay? Okay, ich gehe in den Schrauben, ich schraube mich und schraube mich. Was ist das? Um, okay. I thought you three were playing games during class again. Sim, is that true? Yes! Okay, we are going to be aarly, we are going to be aarly, okay? Because I am here, fuck... Sim, go to the detention. Ah shit! Ihde Siebih, k*****! AnShaht, weil du den sie kiel wurIAN in der jetzigen Klasse und mir zu lieben deine Progression in dieser CS-a niederlosen plateaus. Weil sie alle vier von Ihnen.. Bist du, bist du, bist du, bist du! Das ist das alles! Du bist der K***! Oh shit! Was ist der K***! Ich hab ihn nicht in der Hand, wo ich es schmocken und schmocken. Okay, ich bin auf der Hände, wenn ich es schmocken und schmocken. Doch schmocken! Schmocken! Ich bin auf der Hände! Cheetor! Das ist scheiter, das ist der Mann! Okay, ich bin auf der Hände, wenn ich es schmocken und schmocken und schmocken. an Das war's für heute. Verrat, kapitulieren! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? Dann soll die Armee gekehrt machen! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Verrat! Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Ich hab ein Problem. Ich bin deutscher Schicksalsschlacht. Was? Er hat uns da einen Hundertsabschluss zu denken. Ich hab mich klar gelogen! Da ist nicht dran! Nichts! ach Ich weiß nicht, dass wir uns ein bisschen entschuldigen. Wir müssen herabreden werden. Wir sind versagen, dieser Schmarratt! Ein paar Verwendungen! Oh, mein Führer, die Zwölfter nebenher schirmt nach Westen Richtung Elbe! Ich habe mich klar gelobt! 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 Tun Sie, was Sie wollen! Das waren exakt seine Worte! So, starte das verdammte Spiel! Ich will ein Real-Tournament spielen! Starte das verdammte Spiel! Starte das verdammte Spiel! Du Hurensohn, ich will spielen! Ich sag's nicht noch einmal! Los, aus dem Weg der Escape Knopf fällt! Wo ist der Escape Knopf? Ich werde euch alle töten! Ja! Friss das, du Hurensohn! Ich werde dich fertig machen! Ich werde dich fertig machen! Ich werde dich einfach, einfach abknallen! Mit einer Schrotfinde werde ich dich einfach abknallen! Ja! 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 Ich werde dich einfach abkombieren! Ah, ich bin sicher. Ich fahre nach mir, ich bin frei. Ich glaube, das ist gut. Ich finde, manche Adfrohlen. Okay, ich bin ein paar Teile, aber ich bin ein paar. Jure, wie kann man das sehen? Ah, ich möchte auf TV- und ihr euch ein paar. Tönein. Ja, ich kann mich nicht mehr in der Zeit, aber ich kann mich nicht mehr in der Zeit gehen. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht verstehe, ob ich mich nicht verstehe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017